hrxxl klappnet spezial heute hier live vom hafentunnel frankfurt das waren zwei stunden der karl cox vertreten hat weil er leider nicht kommen konnte und diese komischen klänge sind von einer bildhübschen frau namens monika kose also noch ein bisschen mehr als eine stunde live vom hafentunnel monika kose viel spaß noch so Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.